Hallo Deutschland! Während Lockdown habe ich... Während Lockdown habe ich... Während Deutsch... Während Lockdown habe ich Deutsch gelandt. Ich werde euch die allerbeste Bratwurst-Carbonare zeigen. Und das Gute ist, eine Pfanne, fünf Zutaten, zehn Minuten. Los geht's! Die deutschen Würste sind so viel größer. Drück die Würste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechstehn, siebzehn. Wasch deine Hände und schottel die Bällchen. Wunderschön! Ganz viel Schwarzen Pfeffer. Das ist der Trick. 250 Gramm frische Tagliatelle. Heißes Wasser. Schwenken. Herd aus. Ein Ei. Parmesan. Am Luggen. Gehackte Petersilie. Ei und Parmesan. Wunderschön! Und noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. So cremig. Ist das lecker. Lecker, lecker. Super einfach. Super lecker. Meine Brackwurst Carbonara. Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, wie ist mein Deutsch? Ziemlich gut, oder? Wollt ihr mehr sehen? Schreibt mir in den Kommentaren. Ich liebe euch. Deutschland. Auf Wiedersehen. WOOOOO! Rackwurst Carbonara! Come on! Rackwurst Carbonara!